Wir sollten mehr als genug sein, um euch einen kostenlosen Waffenskin zu beholen. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Wer liebt vorher kostenlose Waffenskins? Ich liebe kostenlose Waffenskins, deswegen helfe ich euch bei den 14-Tage-Sommer-Challenges, Leute. Und in der heutigen Challenge können wir einen kostenlosen Waffenskin freischalten, indem wir einhören Luftkissen oder einhören Matratzen, die an solche Wasserlöcher rumschwimmen. Ich zeige euch alle Locations dieser Einhörner, damit ihr euch diesen Waffenskin holen könnt. Eines der ersten Locations ist bei Lazy Lagoon. Wenn ihr in Lazy Lagoon mal runterflattert und hier mal runterfällt, werdet ihr genau unter dieser Brücke das Einhorn finden. Das kann man im Replay-Modus sogar schon sehen, wenn man da ein bisschen rumfliegt. Deswegen kann ich das Video schon ein bisschen früher aufnehmen, ein paar Minuten, dann kriegt ihr das direkt, wenn ihr die Challenge freischaltet, ne? Und ich zeige euch noch die zwei weiteren Locations. Während ich zur zweiten Location fliege, wird es mich natürlich mega freuen, Leute, wenn ihr auf den Abo-Button reinhaut und die Glocke aktiviert, weil es gibt nicht nur 14 Tage kostenlose Herausforderungen und Items in Fortnite. Bei mir könnt ihr auch kostenlose Sachen von Fortnite im Real Life freischalten, bei meinem mega großen Giveaway, was ich aus L.A. und dem Pro-EM mitgenommen habe. Da solltet ihr kein Video verpassen, ihr solltet ihr liken und auf jeden Fall kommentieren, weil mit dem Kommentar kann ich euch natürlich dann auch zurückschreiben. Aus unterschiedlichen Videos wähle ich dann den Gewinner aus. Und da könnt ihr unterschiedliche Sachen gewinnen von Spielzeuge, Pins, Popsockets für Handys, Schnürsenkel, Socken und sogar eine Serviette ist dabei. Verpasst es nicht. Die zweite Location für das zweite Einhorn ist hier bei Loni Lodge, genau an diesem Punkt hier, ne? Dort geht ihr hier neben diesem Wasserfall, quasi bei diesem See, Alolama. Ich zeige es nochmal kurz von oben, hier ist die Haupthütte, ne? Hier ist der kleine Wasserfall. Und genau neben diesem Wasserfall werdet ihr das zweite Einhorn finden. Das dritte Einhorn findet ihr bei Dusty Diver, da wo die schöne Lava ist. Da gibt es auch nochmal sehr viele Wasserlöcher, aber das Wasserloch, was ihr sucht, ist dieses hier. Weil genau in diesem Wasserloch werdet ihr auch Einhorn Nummer 3 finden. Ich zeige euch mal zur Sicherheit noch eine weitere Location, falls ihr auch woanders mal landet. Und zwar bei Fatal Fields findet ihr ganz südlich an dem See, wo ist die Maus? An dem See, neben diesem Steg hier, genau hier, findet ihr auch dann noch ein weiteres Einhorn. Und das sollte mehr als genug sein, um euch einen kostenlosen Waffenskin zu beholen. Checkt die Playliste oben rechts aus, klickt dort auf das I, speichert die euch ab. Dort findet ihr alle weiteren Videos zu den Sommer-Challenges, natürlich auch den Fortfights und allen wöchentlichen Herausforderungen. Also die gesamten Challenges aus Season 9 solltet ihr auschecken. Es würde mich freuen, wenn ihr auf den Like-Button reinhaut, wenn es euch noch ein ganz bisschen geholfen hat. Wenn ihr da ja durch jetzt ein Item mehr habt. Und gebt mehr Flosse. Flop. Abonniert Template, Doppelpumpe. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü